Sie sind jetzt seit dieser Saison Trainer bei Erfurt. Wie schätzen Sie zurzeit die Leistung der Mannschaft ein? Wir sind auf einem guten Weg. Wir hatten jetzt schwere Spiele hinter uns, auch in den Knochen. Man hat aber gemerkt, dass die Mannschaft heute unbedingt gewinnen wollte. Das Chancenverhältnis ist, glaube ich, heute deutlich für uns gewesen. Trotzdem hatten wir zwei-, dreimal richtig Glück gehabt. Da müssen wir besser verteidigen. Aber ich glaube, dass wir insgesamt in einer sehr guten Entwicklung sind und darauf aufbauen können. Jetzt ist ein Drittel der Saison so ungefähr vorbei. Wie schätzen Sie allgemein diese Liga ein? Ja, Platz 1, denke ich mal, ist entschieden. Und zwischen 2 und 6, 7, 8 wird es immer wieder ein Stück weit Fluktuationen geben. Und die jetzt gerade, sag ich mal, hinterer Platzierung sind, die kämpfen halt dann um die Plätze. Es ist auf der einen Seite schade, dass Chemnitz soweit Vorsprung hat, weil in den anderen Ligen ist die Spannung, sag ich mal, relativ, ja, noch ein bisschen da. Und ich glaube, mit unseren Punkten werden wir im vorderen Bereich mit Tuchfühlung nach oben. Aber leider in dieser Liga haben wir halt in diesen Größen und das müssen wir halt auch akzeptieren. Das heißt, das wird eher so eine Leistung wie Cottbus letztes Jahr. Das heißt, glauben Sie nicht daran, dass Chemnitz noch mal einbrechen wird? Na ja, also ich würde es Ihnen nicht gönnen, weil ich gönne jedem den Erfolg. Nur auf der anderen Seite wäre es natürlich schon schön, wenn irgendwo hier und da Sie mal Punkte lassen würden, damit der Abstand nicht allzu groß wird. In Chemnitz wird ja viel über die Ausgliederung der Fußballabteilung gesprochen. Wie schätzen Sie diesen Schritt von Chemnitz ein? Ja, dringend notwendig, letzten Endes, um den nächsten Schritt machen zu können. Ich glaube, da sind Sie sehr, sehr gut beraten. So, jetzt müssen Sie halt dann auch die Finanzen in den Griff bekommen, weil Sie sind ja auch schon ein hohes Risiko gegangen, haben, glaube ich, einen sehr guten Kader. Ich glaube nicht, dass der günstig ist. So, und dann müssen Sie eigentlich hochgehen. So, aber was passiert dann, wenn du hochgehst? Ja, ob dann der Kader reicht, um auch in der dritten Liga, sag ich mal, zu bestehen, um dann noch weitere finanzielle, sag ich mal, Liquidationen offen zu machen? Ist sicherlich auch nicht ganz einfach, aber es ist letztendlich auch nicht unser Bier. Wir schauen auf uns, ja, und Chemnitz ist im Moment noch bei uns in der Liga. Also beschäftigen wir uns auch ein bisschen damit. Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich gibt es ja kaum noch eine Chance, da irgendwie ranzukommen. Wenn Erfurt keine Chance hat, aufzusteigen, was bedeutet das für Sie? Wenn wir keine Chance mehr haben, aufzusteigen, dann werden wir weiter an uns arbeiten und uns entwickeln. Ja, wir haben eine junge Mannschaft, Altersdurchschnitt unter 23,5, für so einen Verein beachtlich und unsere Aufgabe ist es, diese Mannschaft, sag ich mal, zu wachsen lassen, damit wir, sag ich mal, in mittelfristiger Sicht Spaß mit ihr haben und wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind, dass wir da auch gemeinsam den nächsten Schritt gehen können. Jetzt waren Sie letztes Jahr noch Trainer hier in Berlin. Die halbe Mannschaft war heute da. Ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben. Beschäftigen Sie sich noch mit dem alten Verein? Ja, selbstverständlich. Ich habe, glaube ich, fast zu allen noch Kontakt, oder sind super Jungs. Und ich habe eine tolle Zeit hier gehabt, die möchte ich überhaupt nicht missen. Und ja, wenn man sie heute wieder sieht, dann hat man da schon ein bisschen ein wehleidiges Auge so ein bisschen da drauf. Aber das Ding ist abgehakt und wenn wir uns privat sehen, dann freuen wir uns. Und dann geht es halt für beide Parteien in andere Richtungen weiter. Jetzt noch mal was ganz anderes aus aktuellem Anlass. Wie schätzen Sie die Entwicklung in der Nationalmannschaft ein? Also ich glaube, dass der Jogi Lov endlich mal mutig war und mal ein anderes System gespielt hat, wo der Gegner nicht damit gerechnet hat. Wir haben sehr, sehr gute Spiele in der Nationalmannschaft, die es wert sind, auch mal eine Chance zu bekommen, die bisschen jünger sind. Es geht gar nicht darum, die älteren Spieler auszusortieren, sondern für neue Systeme zu entwickeln. Und in Frankreich hat der Jogi einfach mal auch Mut gezeigt, mal ein 3-4-3 gespielt. Das war richtig gut. Frankreich kam überhaupt nicht damit zurecht. Nur durch ihre individuelle Qualität haben sie es geschafft, das Spiel zu gewinnen. Und von mir aus könnte es so weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.